Willkommen zur Lage der Nation, Ausgabe Nummer 148 vom 15. Juli 2019 und an den Mikrofonen begrüßen euch erholt nach unserer kurzen Sommerpause Ulf Burmeier, das bin ich und mir gegenüber sitzt Philipp Hanse. Ganz herzlich willkommen zur ersten Lage nach der Sommerpause 2019. Wir sind zurück und kündigen gleich eine neue Live-Lage an in Hamburg am 31.08.2019. Der Vorverkauf hat schon begonnen und läuft sehr zügig und erfreulich gut. Wir sind an der Uni Hamburg in einem richtig schönen Saal, haben auch ein bisschen Catering, würde ich sagen, eine Bar organisiert, damit man hinterher auch noch wirklich schön zusammenstehen kann und ein Bierchen oder ein Wein oder ein Wasser trinken kann und uns ein bisschen unterhalten können. Tickets gibt es wie immer unter lage.live, findet ihr auch in den Shownotes. Ja, ganz genau, Tickets unter lage.live. Damit schauen wir auf die Themen dieser Woche, nämlich auf das Nachbeben des Mautdesasters unseres Bundesverkehrsministers Andreas Scheuer. Wir fragen uns, ob Kapitänin Carola Rackete richtig gehandelt hat, als sie in Italien angelegt hat und wir schauen auch nach Brüssel, denn dort spielt unser Thema der Woche. Das ist nämlich der Showdown in Brüssel, der für morgen geplant ist, wird Ursula von der Leyen im Europaparlament zur neuen Präsidentin der EU-Kommission gewählt. Dazu mehr nach einer kleinen Unterbrechung. Werbung. Ihr müsst dieses Jahr ja eure Einkommenssteuererklärung schon Ende des Monats, am 31.07. abgeben. Und wenn euch das jetzt stresst, dann könnt ihr einfach zur VLH gehen, zur Vereinigten Lohnsteuerhilfe. Hier gilt diese Frist nämlich nicht, sondern ihr habt Zeit bis Ende Februar 2020. Die Vereinigte Lohnsteuerhilfe, die gibt es schon seit über 45 Jahren und sie ist Deutschlands größter Lohnsteuerhilfeverein mit mittlerweile einer Million Mitgliedern und insgesamt 3000 Beratungsstellen und Beratern bundesweit und dann ist auch einer in eurer Nähe. Und die VLH ist somit eine prima Alternative, nämlich zum Steuerberater, wenn es um eure Einkommenssteuererklärung geht, denn die Kosten sind sozial gestaffelt und von eurem Einkommen eben abhängig. Ihr müsst nur Mitglied werden bei der VLH und die Aufnahmegebühr von 10 Euro wird Lagehörern und Hörerinnen erlassen, wenn ihr eben bis zum 31.12. einen Beratungstermin erstmal vereinbart und dann bei dieser Beratung Mitglied werdet und dabei das Codewort Podcast fallen lasst. Weil die VLH gerade feiert, dass sie schon eine Million Mitglieder hat, könnt ihr auch etwas gewinnen, nämlich satte 2019 Euro, wie das geht und was ihr dafür tun müsst, das findet ihr auf der Webseite dankevlh.de. Also mitmachen, das lohnt sich jetzt doppelt, einmal als Mitglied der VLH und beim Gewinnspiel 2019 Euro Gewinn. Schaut einfach mal rein unter dankevlh.de. Und da sind wir wieder, wie versprochen, mit unserem Thema der Woche. Hi, nun in Brüssel wird Ursula von der Leyen, von manchen etwas despektierlich, die Truppenursel genannt, zur neuen Präsidentin der EU-Kommission gewählt. Morgen jedenfalls am Dienstag stellt sie sich im Europaparlament zur Wahl. Dabei geht es um den mächtigsten Job in der Europäischen Union. Ohne den, beziehungsweise ohne die, relativ wenig geht, Philipp. Die Kommission hat ja das Initiativrecht. Also der Rat glaube ich auch, aber Initiativrecht bedeutet, das ist eine Institution, die Gesetze und Richtlinien einbringen, vorschlagen kann. Das kann das Parlament ja leider, in Klammern vielleicht, noch nicht. Aber das ist natürlich eine ganz wichtige Möglichkeit, um neue Regulierungen, Gesetze, Inhalte auf den Weg zu bringen. Und da glaube ich, führt wenig an der neuen Präsidentin oder dem Präsidenten vorbei. Ja, ganz genau. Stichwort Initiativrecht. Da hat Ursula von der Leyen auch schon angedeutet, sie könnte sich vorstellen, auch wenn es in der Verfassung der EU quasi, also in den Verträgen über die Gründung der EU oder über die Ausgestaltung der EU nicht vorgesehen ist, könnte sie sich vorstellen, dass sie quasi als Kommissionspräsidentin, wenn sie das denn werden sollte, Vorschläge des Europäischen Parlaments einbringt. Also eine Art Selbstverpflichtung, wenn das Europäische Parlament mit absoluter Mehrheit einen Vorschlag beschlossen hat, ja, dann hat das Parlament ja nach den Verträgen eigentlich nicht die Möglichkeit, selber diesen Vorschlag ins Gesetzgebungsverfahren einzubringen. Aber sie hat, oder kann sich vorstellen, so richtig sicher hat sie das nicht gesagt, aber sie kann sich vorstellen, einen solchen quasi mit qualifizierter Mehrheit beschlossenen Vorschlag des EP dann als Kommissionsvorschlag einzubringen. Das wäre ja eine interessante Idee. Also die Abstimmung ist am Dienstag, 18 Uhr, zumindest ist sie dafür geplant. Also das ist nach heutigem Aufnahmedatum wäre das morgen. Und wenn sich eine Mehrheit findet, dann würde Ursula von der Leyen am 1. November Nachfolgerin von Jean-Claude Juncker. Aber Stand heute ist eben auch sehr unklar, ob sie überhaupt eine Mehrheit findet. Mehrheit bedeutet, sie braucht 374 Ja-Stimmen von den vermutlich 747 Plätzen. Und da bedeutet eben, dass Abwesende mit Nein zählen. Also sie braucht die einfache Mehrheit der Mitglieder des Europäischen Parlaments. Genau, das nennt man dann ja absolute Mehrheit. Absoluter Mehrheit, genau. Genau, und eben Abwäse zählen als Nein, Enthaltung zählen als Nein, das ist so ein bisschen ihr Problem oder das Risiko. Deswegen hat Ursula von der Leyen in Brüssel jetzt massiv um Unterstützung geworben. Sie hat sich mit den Fraktionen im Europäischen Parlament getroffen, hat da jeweils ihre Positionen, ihre politische Agenda vorgestellt. Ob das so richtig überzeugend war, das steht allerdings in den Sternen. Der Korrespondent des Deutschlandradios in Brüssel hat das als ziemlich wischiwaschi beschrieben. Er meinte, für jeden war so ein bisschen was dabei. Aber das, was sie so gesagt hat, war einfach nicht so wahnsinnig differenziert und ging nicht so richtig in die Tiefe. Es war also viele Buzzwords dabei. Er meinte, halbwegs klare Positionen hat sie vertreten in der Außen- und Sicherheitspolitik. Klar, das ist ja auch jetzt als Parteiensteckung für das Thema. Ja, ja, und vor allem dafür war sie jetzt halt zuständig ein paar Jahre. Und dafür hätte sie aber wenig Ahnung gezeigt auf Feldern wie Ökologie, Wirtschaft oder auch Menschenrechte. Und wir haben mal Sven Giegold nach seiner Einschätzung befragt. Er war ja der Spitzenkandidat für die Grünen bei der Europawahl. Und die Grünen haben natürlich jetzt auch eine durchaus, da reden wir gleich noch ein bisschen drüber, entscheidende Rolle bei dieser Abstimmung. Und Giegold saß, als wir ihn erreicht haben, im Zug nach Brüssel eben zu dieser Abstimmung. Und auch für ihn hat von der Leyen in wichtigen Fragen einfach zu wenig Position bezogen. Deshalb wollen wir von Ursula von der Leyen klare Aussagen zu Rechtsstaatlichkeit und Demokratie. Es laufen Vertragsverletzungsverfahren gegen Ungarn und Polen. Sie wären dringend notwendig auch in Malta und Rumänien. Und da brauchen wir von ihr eine klare Aussage, dass sie die Agenda zur Durchsetzung europäischen Rechts in Fragen der Grundwerte fortsetzen wird. Und zudem brauchen wir natürlich eine klare europäische Flüchtlingspolitik mit europäischer Solidarität und Seenotrettung. Auch da ist sie unklar. Also die Grünen sind da noch sehr skeptisch. Ulf, du hast mal ein bisschen angeguckt, was die anderen Fraktionen und Gruppen so bisher geäußert haben. Ja, ganz genau. Zum Beispiel gibt es natürlich die EVP-Fraktion, die sogenannte Europäische Volkspartei. Die hat 182 Sitze von den gut 750, knapp 750 Sitzen. Das ist auch die Fraktion, in der die Parlamentarier der CDU-CSU sitzen aus Deutschland. Die unterstützt Ursula von der Leyen, insbesondere Manfred Weber, der ja eigentlich Kandidat war der EVP, zieht sich zurück, nachdem für ihn eben keine Mehrheit zustande kam. Insofern, da ist die Unterstützung sicher. Das war es dann aber auch schon. Also unter Mehrheit im Rat, der Staat. Der Staat, der muss halt vorschlagen, wen das Parlament zum Kommissionspräsidenten wählen kann. Und Weber hat da eben keine Mehrheit bekommen, da hat er sich zurückgezogen. Und jetzt unterstützen die halt Ursula von der Leyen. Ganz genau. Und das war aber auch schon die einzige Fraktion, die tatsächlich ein klares Pro-Votum abgegeben hat. Ansonsten ist alles unklar. Dann gibt es noch die europäischen Konservativen und Reformer. Wir haben uns gedacht, wir geben mal einen kleinen Überblick über das Europäische Parlament bei der Gelegenheit. Kurz EKR. Da sitzen Rechte und Nationalisten drin. 162 Sitze, eine in der Tendenz EU-kritische Fraktion, in Teilen auch populistisch. Da sitzen so die britischen Tories drin. Die polnische Peace-Partei, spanische Vox-Partei. Genau. Aber die haben sich auch noch nicht festgelegt. Nein, die haben sich noch nicht festgelegt. Und genau dasselbe gilt für die noch weiter rechts stehende Fraktion Identität und Demokratie. Da sitzen also die harten Rechtsextremen drin aus Deutschland, unter anderem die AfD. 73 Sitze und auch die sagen, wir wissen noch nicht, wen wir wählen werden. Das wird gleich nochmal spannend, dass eben die Konservativen, die rechten Nationalisten und die Rechtsradikalen allesamt potenziell immerhin Ursula von der Leyen unterstützen. Das hat einige Folgen für das, was andere Parteien davon halten. Die Liberalen, 108 Mandate, wissen ebenfalls noch nicht, wie sie stimmen sollen. Christian Lindner sagt, die Entscheidung ist offen. Klar positioniert haben sich hingegen die Sozialdemokraten. Die haben 183 Mandate. 53. Ja, Entschuldigung, 153 Mandate. Das sind jetzt immer die Zahlen aus ganz Europa. Also nicht nur die deutschen Abgeordneten, sondern 153 sind da in der S&D-Fraktion. Davon nur 16 aus Deutschland. Ja, die SPD ist ja total abgeschmiert bei den Europawahlen. Und die deutschen Abgeordneten allerdings trommeln ganz massiv gegen Ursula von der Leyen. Vor allem Katharina Barley hat sich da exponiert. Sie sagt, Ursula von der Leyen war keine Spitzenkandidatin und habe auch inhaltlich nicht überzeugt. Also sie hätten sie zwei Stunden befragt in Brüssel, aber dabei sei vieles im Wagen geblieben. Und Problem sei insbesondere, dass nicht deutlich geworden sei, dass sich Ursula von der Leyen konsequent für Rechtsstaatlichkeit einsetzen will. Und da kann man sich vorstellen, warum. Ja, Ursula von der Leyen braucht die Stimmen der Rechten und der Rechtsradikalen und der Nationalisten von PiS und von Viktor Orban aus Ungarn. Wenn die sie nicht wählen, wird es extrem knapp mit der Mehrheit. Und deswegen kann sie sich natürlich nicht hart positionieren und sagen, sie wird die Rechtsstaatlichkeit durchsetzen. Das heißt also, wenn sie denn gewählt würde, wäre sie eine Kandidatin, Ursula von der Leyen, die mit einem, wie soll ich sagen, einfach mit massivem Gepäck in diese Amtszeit ginge, weil sie sich nämlich nicht konsequent für die Werte der Rechtsstaatlichkeit einsetzen könnte. Auf der anderen Seite, die Kritik von Katharina Barley ist jetzt natürlich auch nur so halb überzeugender. Sie ist selber gerade nicht gerade eine Lichtgestalt, die FAZ kommentiert. O-Ton, das Duo Bullmann-Barley, das waren die beiden Spitzenkandidaten der deutschen Sozialdemokraten, fuhr das schlechteste Ergebnis in der Geschichte der SPD bei Europawahlen ein. Es hatte reichlich Plattitüden anzubieten, Charisma dafür umso weniger. Die meisten Deutschen dürften den Namen des Abgeordneten Bullmann noch nie zuvor gehört haben. Mit anderen Worten, so sehen Verlierer aus. Ja, giftet die FAZ. Aber so richtig viel kann man dem eigentlich noch nicht entgegenhalten. Sozialisten aus Italien und Spanien sind interessanterweise weit weniger kritisch, was Ursula von der Leyen angeht. Da gibt es also durchaus auch bei S&D einige, die sich eine Wahl vorstellen können. Und vieles wird wahrscheinlich davon abhängen, wie Ursula von der Leyen jetzt auf den sechsseitigen Forderungskatalog der Sozialisten reagiert. Die hatten nämlich nach der Anhörung nochmal aufgeschrieben, was sie sich für Fragen stellen und was sie gerne von ihr hätten. Da gibt es wohl jedenfalls, soweit das öffentlich bekannt ist, noch keine Antwort. Und davon wird, denke ich, eine ganze Menge abhängen. Interessanterweise gibt es aber ja auch Kritik an der Position der SPD, insbesondere aus den eigenen Reihen. Genau, Otto Schieling hat sich zu Wort gemeldet, ehemaliger RAF-Anwalt und später dann Innenminister mit harter Kante von der SPD. Und der kritisiert eben seine eigene Partei, die SPD. Und sagt Kritik an Ursula von der Leyen sei, Zitat, engstirnige parteipolitische Interessenverfolgung. Das sind gemäß die Linken. Also das heißt, wir wissen jetzt bei der S&E nicht, wie sie sich entscheiden. Naja, S&D hat als Fraktion sich da festgelegt, eigentlich dagegen zu stimmen. Insbesondere getrieben quasi von den deutschen Abgeordneten, die das überhaupt nicht gut finden mit von der Leyen. Aber jedenfalls... Die Fraktionsdisziplin ist ja nicht so enorm. Gibt es eigentlich nicht im Europaparlament. Und die Süddeutsche Zeitung rechnet damit, dass insbesondere aus Spanien und Italien auch einige Sozialisten sogar für sie stimmen können. Dann haben wir noch die Linken mit 41 Sitzen im Europaparlament. Sie haben auch, das heißt auch, sie haben klar gesagt, nein, wir werden nicht zustimmen. Linken Europaabgeordneter Martin Schirtewan sagte, Ursula von der Leyen habe, Zitat, keine Vision, die auf soziale Gerechtigkeit und Menschenrechte basiere. V.D.L. Wolle sagte, die neoliberale Politik vorsetzen, die zu der Wirtschaftskrise und beispielsloser Armut und Ungleichheit unter den Europäern geführt hat. Also die haben sich entschlossen und die Grünen, das haben wir ja eben gehört, wollen auch mit Nein stimmen. Und Sön Giegold, wie gesagt Spitzenkandidat bei der Europawahl für die Grünen, sagte, Ursula von der Leyen wäre eine Präsidentin der Europafeinde, weil sie nur mit den Stimmen der polnischen PiS- und Orbanspartei gewählt werden könnte. Und er führte das dann also bei uns weiter so aus. Ursula von der Leyen will sowohl die Stimmen der Grünen als auch der Sozialdemokraten wie auch der rechten Europagegner aus den Parteien von Orbán, Kaczynski und so weiter. Und das muss scheitern. Man kann nicht gleichzeitig proeuropäisch progressive Politik und europaskeptische Politik machen. Aber auch da muss man sagen, auch bei den Grünen gilt natürlich, dass es da de facto keine Fraktionsdisziplin gibt. SZ sagt auch, das wird einige Grüne sicherlich geben, vermutlich die für Ursula von der Leyen Stimmen. Also man muss sagen, es ist offen, oder? Das muss man sagen, ja. Es bleibt spannend, wie gesagt 374 Stimmen braucht sie und sicher hat sie 182 von der EVP. Das heißt aber, es fehlen noch knapp 200 Stimmen und selbst die rechtsradikalen beiden Blöcker zusammen würden nicht reichen. Das heißt, sie müsste noch zumindest erheblich Leute bei den Sozialdemokraten, also S&D und oder bei den Liberalen überzeugen. Ich denke, das wird extrem knapp. Wenn sie es schafft, wird es extrem knapp. Und wie gesagt, sie wäre dann die ganze Amtszeit über belastet davon, dass sie ihre Mehrheit eigentlich nur errungen hat mit den Stimmen von Rechten und Rechtsradikalen und Nationalisten. Was natürlich bedeutet, da finde ich, hat Sven Giegold den Finger in die Wunde gelegt, was natürlich bedeutet, dass sie sich einfach nicht konsequent dafür einsetzen kann, dass in allen Ländern der Europäischen Union Menschenrechte tatsächlich hochgehalten werden. Sie kann dann nicht konsequent vorgehen gegen Probleme bei der Rechtsstaatlichkeit in Polen und Ungarn und auch in anderen Ländern gibt es ja Probleme. Und sie könnte möglicherweise auch nicht für eine menschliche Flüchtlingspolitik eintreten. Denn kann man sich ja vorstellen, dass sie dann getrieben wäre von den extrem fremdenfeindlichen Positionen eben in Ungarn und in Polen. Und insofern weiß man gar nicht, ob man sich das überhaupt wünschen soll, dass sie gewählt wird. Ich bin da sehr skeptisch, aber wir kommen da gleich noch zur Analyse. Aber ich denke, bevor wir das jetzt bewerten, den möglichen Ausgang dieser Wahl, ist es erstmal nochmal spannend, sich zwei Sekunden zu fragen, wie kam es denn überhaupt dazu? Das ist ja so ein bisschen surprise, surprise, dass ausgerechnet Ursula von der Leyen jetzt Kandidatin ist. Ja, also ich habe das ja im Urlaub auch nur so auf dem einen Auge mitbekommen und dachte so, wo haben sie die denn jetzt hergeholt? Also war da nicht mal sowas wie Spitzenkandidaten? Also wir haben da ja auch viel drüber geredet. Das war zwar nicht wirklich, sagen wir mal, gesetzlich formell manifestiert, sondern es war so eine Vereinbarung. Aber doch galt diese Vereinbarung eigentlich, dass eben die Parteien Spitzenkandidaten und Spitzenkandidatinnen aufstellen. Das war dann zum Beispiel Manfred Weber, Herr Timmermans oder Frau Wester. Und aus diesen Spitzenkandidaten hatten die Staats- und Regierungschefs eigentlich zugesagt, würden sie einen Kandidaten, eine Kandidatin auswählen, die sie dann dem Parlament zur Wahl vorschlagen. Das ist nicht passiert, weil sie sich aus verschiedenen Gründen auf keinen haben einigen können. Und dann wurde halt Frau Ursula von der Leyen vorgeschlagen. Surprise, surprise. Und ja, das Parlament hatte ja gesagt, sie wollen nur eine dieser Spitzenkandidaten wählen. Aber es gab eben keine Mehrheit. Gegen Timmermans sprach vor allem Ungarn und Polen, hatten keine Lust auf denen. Das muss man sich mal vorstellen. Ja, er hat bei der EU-Kommission seinen Job gemacht. Er hat also gegen sie ein Verfahren wegen Problemen bei der Rechtsstaatlichkeit geführt. Was ist der bei der Kommission? Ich weiß nicht mal ganz genau, die war nicht Vizepräsident der EU-Kommission. Auf jeden Fall war er zuständig für das Verfahren. Für die Rechtsstaatlichkeitsverfahren gegen Polen und Ungarn. Und hat sich damit natürlich keine Freunde gemacht bei PiS und bei Viktor Orban. Kann man sich vorstellen. Aber er hat halt seinen Job gemacht. Er hat letztlich die europäischen Werte verteidigt gegen die Leute, die die jetzt quasi von innen heraus angreifen. Und das hat ihn allerdings leider unwählbar gemacht für diese Staaten. Finde ich ausgesprochen problematisch. Also wie soll ich sagen, überzeugender gegen ihn spricht. Das muss man schon ehrlich zugeben. Dass nun mal die Sozialdemokraten und Sozialisten die Europawahlen verloren haben. Also nicht nur die Deutschen, sondern generell hat die Fraktion ja Mitglieder verloren. Und außerdem ist S&D eben nur die zweitstärkste Fraktion. Insofern, das sind alles Dinge, die jetzt eher nicht für Herrn Timmermans sprachen. Aber auch Manfred Weber, ja immerhin Vertreter der stärksten Fraktion, konnte keine Mehrheit im Rat der Staats- und Regierungschefs auf sich vereinen. Insbesondere Emmanuel Macron, der Staatspräsident Frankreichs, hat sich sehr deutlich gegen Weber positioniert. Warum, ist nicht so richtig klar. Ich glaube, ihm fehlte so die Statue und das kann ich auch schon ein bisschen nachvollziehen, weil du letztlich als EU-Kommissionspräsident, ja letztlich so ein bisschen, vielleicht nicht formell, aber dann de facto doch auf Augenhöhe spielst mit Trump und Xi Jinping und allen möglichen anderen Führern von Weltmächten. Und vielleicht war Weber ihm da nicht durchsetzungsfähig genug oder erschien ihm das nicht durch. Also da muss man nicht sehen. Und der Name war zu gering. Also das finde ich sogar, wo du das jetzt so sagst, Philipp, finde ich das sogar ein ganz überzeugendes Argument. Denn ganz ehrlich, Weber hat ja schlicht und ergreifend eigentlich keine Regierungserfahrung. Er war Strippenzieher im Europäischen Parlament jetzt als Fraktionsvorsitzender seit Jahren. Aber er hat ja noch nie wirklich eine Regierung geführt. Das heißt also, er hat eine ganz andere Statur als Jean-Claude Juncker, der in Luxemburg viele, viele Jahre in leitender Funktion in der Exekutive tätig war. Und auch von der Leyen, war diverse Male Ministerin im wichtigsten Land der EU und so. Also insofern von der Leyen, im Vergleich von der Leyen Weber ist schon klar, dass sie die profiliertere Kandidatin ist. Aber viel spannender ist ja, was denn eigentlich gegen die dritte der drei Spitzenkandidatinnen, Spitzenkandidaten sprach, nämlich gegen Margarete Wester. Auch gegen sie haben sich vor allem die sogenannten Visegrad-Staaten positioniert. Das sind also die osteuropäischen EU-Mitgliedstaaten. Und Sven Giegold, den wir eben im Interview hatten oder im O-Ton, hat das im Gespräch mit dem Spiegel darauf zurückgeführt, dass diese Staaten Angst vor einer starken Kommissionspräsidentin hätten. Denn das muss man sagen, sie ist eine außerordentlich profilierte Kommissarin, zurzeit ja zuständig für Wettbewerb. Und hat also die Kartellverfahren geführt, unter anderem gegen Google und Microsoft. Und hat da Milliardenstrafen verhängt. Also mit anderen Worten, das ist eine Frau, die jedenfalls mal klare Kante zeigen kann. Ihm, sagt Sven Giegold, sei unklar, warum sie nicht als Kompromiss genannt wurde, sondern ausgerechnet Ursula von der Leyen. Also wieso der Rat nicht gesagt hat, na gut, wenn nicht Weber und Timmer und auch nicht Timmermans, dann doch eben Margarete Wester. War ja auch die Position der Lage übrigens. Genau, hatten wir auch gesagt. Und jetzt ist ja ein bisschen die Frage angesichts der Tatsache, dass es durchaus, sagen wir mal, offen ist, ob von der Leyen da gewählt wird. Genau. Wäre doch die Frage... Was passiert eigentlich, wenn sie nicht gewählt wird? Genau. Und die haben wir auch Sven Giegold gestellt. Wenn Ursula von der Leyen keine Mehrheit im Europaparlament bekommt, öffnet sich die Tür für Margarete Wester. Dann wird es eine Suche geben nach einer Person, die stark ist, die zu europäischem Recht steht und es auch gegen Widerstände nachweislich durchgesetzt hat. Und damit hätte Frau Wester eine Chance. Sie müsste dann in einem gemeinsamen Verfahren von Europaparlament und dem Rat der Staats- und Regierungschefs gemeinsam nominiert werden. Also Sven Giegold besteht auf Vestaya, wir bestehen auf Wester, weil wir da sehr fest von überzeugt sind, dass das die richtige Aussprache ist. Aber davon mal abgesehen. Also das scheint durchaus eine Option zu sein, wenn jetzt von der Leyen nicht gewählt wird, durchfällt, wäre das natürlich durchaus eine dicke Ansage. Ich finde, das Parlament kann sie nicht wählen. Es kann sie nicht wählen, einfach, wenn es sich nur halbwegs ernst nimmt. Also die Forderung war immer, wir haben Spitzenkandidaten, davon schlagt ja uns ein vor und darüber debattieren wir dann ernsthaft. Der Rat schlägt eine Ministerin vor, die in Deutschland, ich will nicht sagen zum Abschluss freigegeben ist, aber doch in der Kritik steht, in der massiven Kritik steht und alles andere war als eine Spitzenkandidatin. Und da kann das Parlament nicht sagen, okay, die nehmen wir. Ja, ich denke jedenfalls nicht mal so eben kurz. Also man muss natürlich sehen, das Parlament hat sich sicherlich jetzt auch nicht besonders mit Ruhm bekleckert, weil es natürlich bevor der Rat mit seinem Vorschlag um die Ecke kam, auch nicht selber sich positioniert hat. Also ein Parlament, das quasi Selbstbewusstsein gezeigt hätte, hätte natürlich sich überlegt, wie sind denn die Mehrheitsverhältnisse und hätte intern geklärt und dann auch nach außen deutlich gemacht, hinter wem das Parlament steht. So ein Meinungsbild gemacht. Wenigstens mal ein Meinungsbild und wenigstens mal deutlich gemacht, also Kandidat Timmermans oder Kandidat Weber oder Kandidatin Westjahr, die hätten bei uns eine Mehrheit. Das wäre ja schon mal eine Ansage gewesen, das hat das Parlament nicht geschafft. Das Parlament hat sich also im Prinzip selber so ein bisschen aus dem Spiel genommen als Machtfaktor. Ja, aber da finde ich, würde ich sagen, das fände ich als Parlament auch voreilig, weil ich würde doch als Parlament auch sagen, schlag die uns vor, dann besprechen wir mit denen, dann hören wir deren Argumente, dann stellen wir Fragen und am Ende entscheiden wir dann, wen wir für gut halten. Ja gut, aber ich meine, damit hat man natürlich sich auch so ein bisschen klein gemacht und so ein bisschen, also so wie man es jetzt gemacht hat jedenfalls, indem man nicht mal nochmal wenigstens auf das Spitzenkandidatenprinzip gepocht hat, hat man dem Rat ja so quasi freier Spielfeld gelassen, irgendwen vorzuschlagen. Also man hätte, glaube ich, zumindest deutlich machen müssen, naja, Mehrheitsverhältnisse sind bei uns auch unklar, aber wir sind uns schon einig, in diesem Institutionengefüge wollen wir jedenfalls nicht irgendwen wählen, sondern ein der drei, jetzt kriegt das irgendwie hin. Und dann muss man nämlich sagen, hätte es im Rat sehr wahrscheinlich tatsächlich, also wenn da klar gewesen wäre, sie haben nur diese drei quasi Namen im Topf, ja, dann, und klar war, Weber geht nicht, weil Macron nicht will, Timmermans geht nicht, weil die ganzen Visegrad-Staaten nicht wollen, dann wäre eigentlich Margarete Wester eigentlich die natürliche Kompromisskandidatin gewesen, das war ja genau die Position der Lage vor den Ratsverhandlungen vor drei, vier Wochen und ich würde das auch heute noch so sehen, da hat das Europäische Parlament im Grunde eine Chance verspielt, indem sie nicht wenigstens gesagt haben, whatever, aber wir wollen auf jeden Fall nicht irgendwen aus dem Hut gezaubert sehen, wir wollen einen der Spitzenkandidaten, aber das haben sie nicht gemacht und jetzt müssen wir mal schauen, jetzt müssen sie eigentlich, sehe das wie du Philipp, jetzt müssen sie eigentlich Ursula von der Leyen durchfallen lassen. Sie ist inhaltlich nicht überzeugend, weil sie in Deutschland als Ministerin gescheitert ist, sie hat allerdings muss man sagen Regierungserfahrung und sie hat natürlich sehr viel quasi Lebenserfahrung, sie ist ja in Brüssel geboren und aufgewachsen. Die spricht fließend Französisch und Englisch und so. Also von ihrer Persönlichkeit her hat sie durchaus Vorzüge, sie kann sehr überzeugend darlegen, dass sie quasi Europäerin ist, auf der anderen Seite aber ist sie in Deutschland als Ministerin weitgehend gescheitert, also das Management des Verteidigungsministeriums ist ein schwieriges Haus, d'accord, aber das hat sie eigentlich nicht hinbekommen, im Gegenteil, sie hat sich in so einen Sumpf von allen möglichen Beraterverträgen reinziehen lassen, sie hat verschiedene Beschaffungsprojekte völlig vor die Wand gefahren, die Bundeswehrreform kommt nicht voran. Also sie ist ganz sicher keine gute Managerin, insofern gibt es sehr sehr gute sachliche Gründe sie abzulehnen und es gibt eben sehr gute politische Gründe sie abzulehnen, Stichwort Institutionengefüge, Stichwort Spitzenkandidatenprinzip und ich persönlich würde mir als Europäer wünschen, dass das EP, nachdem es die eine Chance verpennt hat, ja vor der Ratsentscheidung, dass das EP jetzt wenigstens zu einer gewissen Statur findet und sagt nein, wir lehnen jetzt diese Kompromisskandidatin ab, die eigentlich keine gute oder jedenfalls keine richtige Überzeugung hat. Kandidatin ist, die auch eben sich nur mit den Stimmen von Rechtsradikalen und letztlich sogar von Europas Skeptikern wählen lassen könnte, die lehnen wir ab und wir sagen damit mittelbar ganz klar, Margarete Vester muss auf den Schild gehoben werden und da bin ich mir relativ sicher, dann wird der Rat genau diese Entscheidung auch treffen. Wir wollen nochmal kurz, nicht in aller medizinischen Detailversessenheit, wie das andere machen, über Merkels Zittern reden, also Angela Merkel hat ja in den letzten drei Wochen dreimal in der Öffentlichkeit gezittert, erstmals bei den militärischen Ehren für den Präsidenten der Ukraine, Zelenski und seit dem 20. Mai ist er eben neuer Präsident der Ukraine. Und die Öffentlichkeit schreit, also es kam dann hinterher nochmal bei zwei öffentlichen, vorher und hinterher bei zwei öffentlichen Anlässen dazu, dass sie eben zumindest am Arm gezittert hat. Und die Öffentlichkeit schreit, Zitteralarm, wir wollen alles, Stuhlprobe, Urinprobe. Angie mach dich nackig. Angie mach dich nackig und so. Bild, muss man sagen, hat eine Kampagne gestartet. Ja, und zwar mit Überschriften, die einfach ganz deutlich unter der Goethe-Linie sind. Da muss man lesen, Überschriften wie, wie lange noch Frau Kanzlerin oder noch krasser, es hört einfach nicht auf. Ja, so steht es da und dann geht natürlich die Assoziation los, man weiß nicht, hört das Zitter nicht auf oder hört die Kanzlerschaft nicht auf und da finden sich so Zitate wie. Halbtot ist die Kanzlerin natürlich nicht, doch den richtigen Zeitpunkt für den Ausstieg scheint sie verpasst zu haben. Das unkontrollierte Zittern ist ein hässliches Sinnbild dafür. Also, das ist ein solcher Tiefschlag, oder? Also, wir sagen, wir ganz so oft, erst mal durchatmen. Genau. Erst mal ganz entspannt. Erst mal ein bisschen Augen schließen, tief Luft holen, durch den Bauch atmen, nicht durch die Brust. Und Puls fühlen. Puls fühlen. Und ich glaube, wie immer ist es hier und wie so oft, weisen wir hier darauf hin, es geht um eine Interessenabwägung, eine Güterabwägung. Und mit diesem, sagen wir mal, Instrument kommt man in sehr, sehr vielen Debatten, finde ich, sehr, sehr weit. So auch hier. So auch hier. Und zwar geht es natürlich auf der einen Seite um das Persönlichkeitsrecht von Angela Merkel. Sie ist ja auch letztlich ein Mensch, sie muss ja nicht ihr Intimleben offenlegen. Und wie soll ich sagen, medizinische Daten gehören mit zu den persönlichsten Daten, die man so haben kann, mit welchen Krankheiten man leidet. Und so. Also ich finde, das darf man wirklich nicht zu hoch hängen. Nicht umsonst sind auch zum Beispiel in der Datenschutzgrundverordnung medizinische Informationen besonders geschützte Daten. Also da muss man einfach sehen, da gibt es einfach ein sehr großes, ein sehr starkes Interesse, das nicht unkontrolliert in die Öffentlichkeit tragen zu müssen. Auf der anderen Seite ist sie halt nicht Frau irgendwer, sondern sie ist halt gewählte Chefin der deutschen Regierung. Und da hat die Öffentlichkeit, finde ich, durchaus ein Interesse daran zu erfahren, wie leistungsfähig ist denn diese Regierungschefin? Kann sie ihren Job noch machen? Genau. Das ist in der Tat eine Frage, finde ich, die man stellen kann und auf die die Öffentlichkeit auch ein Recht hat, eine plausible Antwort zu bekommen. Und das würde aus meiner Sicht jetzt bedeuten, die Öffentlichkeit hat kein Recht darauf, quasi ein medizinisches Buetain zu bekommen, was jetzt genau los ist. Temperatur und welche vielleicht Krankheiten und welche anderen Krankheiten sie noch hat. Diagnosen, all das nicht. Die entscheidende Frage ist, die Öffentlichkeit hat, kann sie ihre Arbeit noch machen? Das ist die entscheidende Frage und das allerdings, glaube ich, das muss die Öffentlichkeit erfahren. Philipp, wie sehen dir da die Tatsachen aus? Was denkst du, macht sie ihren Job? Nein, also erst mal offensichtlich, sie macht ihren Job. Sie hat viele Termine, sie hat keinen abgesagt, sie fährt jetzt nach Görlitz, nach Sachsen, kein einfaches Pflaster, duckt sich da also nicht weg. Ja, sie sagt, ihr geht's gut und sie sagt sozusagen, sie hat so ein bisschen versucht zu erklären, wie denn dieses Zittern einzuordnen ist. Und sie sei sozusagen noch in der Verarbeitungsphase, hat sie gesagt, der militärischen Ehren mit Präsident Zelensky. Also da hatte sie zum ersten Mal gezittert und als Grund nannte sie damals, dass sie ein bisschen wenig getrunken hatte. Und diese Verarbeitung, sagt sie, sei offensichtlich noch nicht abgeschlossen, aber es gibt Fortschritte, sagt sie, und ich muss damit jetzt eine Weile leben. Und Merkel sagt, sie habe also beim zweiten und dritten Mal gezittert, aus Sorge quasi wieder zu zittern. Das ist so ein bisschen ihre logische Erklärung und sie sagt abschließend, ich bin überzeugt, so wie diese Reaktion aufgetreten ist, so wird sie auch wieder vergehen. Und da muss ich sagen, das ist ein bisschen dünn. Und ich finde, damit muss ich die Öffentlichkeit nicht zufrieden geben, auch wenn sie jetzt ihren Job macht. Ich würde vorschlagen, als Kompromiss, niemand muss missen, was genau Merkel da hat oder vielleicht hat oder so. Aber ich finde, sie könnte einen Arzt aufsuchen, einen respektierten irgendwie Mediziner, Medizinerin, Arzt, Ärztin, der sie untersucht und der sich hinstellt und sagt, nach meinem ärztlichen Sachverstand, nach meinem besten Wissen und Gewissen kann ich sagen, die Bundeskanzlerin ist in der Lage, ihren Job zu machen. Danke, Ende der Durchsage. Genau, das denke ich nämlich auch. Das wäre aus meiner Sicht auch der Kompromiss, jetzt nicht total den Striptease machen und irgendwie quasi die Blutwerte veröffentlichen, sondern ein Expertenstatement, das klar macht, es gibt kein Problem. Von mir aus auch zwei oder drei, egal. Ja, nach dem Motto, gehen Sie weiter, es gibt hier nichts zu sehen. Das wäre aus meiner Sicht das Statement. Und ich finde insbesondere diese persönlichen Angriffe und diese ständige öffentliche Diskussion, finde ich völlig bizarr. Ich weiß nicht, ob das jetzt quasi letztlich eine frauenfeindliche Seite hat, was zum Beispiel die Bild-Zeitung da macht oder auch was in rechten Kreisen. Also Hans-Georg Maaßen, der Ex-Chef des Verfassungsschutzes, der zurzeit ja massenweise mit rechtsradikalen bis extremistischen Äußerungen auf Twitter zum Beispiel auffällt, hat auch total gegen Angela Merkel geholzt und so. Das ist nochmal ein eigenes Thema Maaßen, das müssen wir nochmal in einer anderen Folge nochmal genauer aufgreifen, was der so alles macht und was uns das sagt über den Verfassungsschutz, den er ja immerhin jahrelang geleitet hat. Aber der holzt da auch ganz gewaltig und ich finde das völlig bizarr, vor allem, weil da sie mit zweierlei Maß gemessen wird. Also bei Angela Merkel guckt man jetzt auf ein Zittern und mal ganz ehrlich, wir hatten schon so viele Spitzenpolitiker, die ihn wahrlich nicht so besonders gesund ausgesehen haben. Ja, denken wir mal an Helmut Kohl. Ja, also irgendjemand schrieb jetzt auf Twitter, dass der immerhin eine Leibesfülle aufgewiesen hat, die jeden Kardiologen in Panik verfallen ist. Und darüber hat auch niemand diskutiert, ob Helmut Kohls Herzrhythmusstörungen hat zum Beispiel oder ob der nicht morgen einen Herzinfarkt haben könnte, was der Himmel lag wahrlich nicht fern. Insofern muss man einfach sagen, da wird mit zweier Maß gemessen und ich finde, da sollte diese Diskussion einfach mal ein Ende haben, sollte sachlich gefragt werden, kann sie ihren Job machen, ja oder nein und dann ist es auch gut. Die Maut für sowas von der CSU zumindest geplant, für Ausländer, nur für Ausländer, die ist ja gescheitert, daran haben wir in der letzten Lage, glaube ich, schon gesprochen und jetzt sind so ein paar, da sind jetzt so ein paar, sagen wir mal, Nachbeben noch aufgetreten, über die wir kurz reden sollten. Genau, zwei Themenbereiche haben sich da herauskristallisiert. Also zum einen hat das Verkehrsministerium diese Maut total schlecht vorbereitet und sehr unprofessionell gemanagt. Obwohl sehr, sehr viele Ressourcen eingeflogen. Genau, das ist das eine und das zweite ist, dass im BMVI generell einiges schief läuft, wie insbesondere der Spiegel aufgedeckt hat. Aber bleiben wir zunächst beim Thema Maut. Dort muss man sagen, hat das BMVI so nach der Vogel-Strauß-Politik gehandelt. Die haben einfach vor den ganzen Fragezeichen die Augen fest verschlossen. Zum einen war bekannt, Österreich hat geklagt vor dem EuGH, das hat ja jetzt auch gerumst. Aber wo war zum zweiten bekannt, dass diese Klage jetzt nicht irgendwie völlig aus der Luft gegriffen war, sondern dass es eine massive europarechtliche Problematik gab. Dass also wirklich völlig unklar war, ob eine solche Maut, insbesondere mit der Kompensation für die Deutschen, nicht möglicherweise europarechtswidrig sein könnte. Das war den Menschen im BMVI und an der Spitze eben Andreas Scheuer völlig egal. Man hat einfach so getan, als sei völlig klar, dass diese Maut kommen wird. Und dementsprechend hat man sehr ungünstige Verträge geschlossen. Die Rede ist jetzt von mehreren hundert Millionen Euro Forderungen der Firmen Carps Traffic.com und CTS Eventim. Das sind die von den Tickets. Da hat man ja 2018 schon Verträge geschlossen, die man jetzt nach dem Urteil, die das Ministerium gekündigt hat. Genau. Und da sind ja aber jetzt wohl, da gefallen werden jetzt wohl Ausfallentschädigungen fällig werden. Es ist noch nicht endgültig klar, in welcher Höhe. Die Rede ist aber jedenfalls von mitunter dreistelligen Millionenbeträgen, die diese Firmen einfach an Ausfallkosten verlangen können. Zu bedenken, das Ding sollte im Jahr 500 Millionen einbringen. Wenn man sich das mal überlegt. Und das große Problem dabei ist, dass sich natürlich jeder fragt, wieso schließt man in Kenntnis eines laufenden Rechtsstreits einen Vertrag, der dem Bund keine Ausstiegsklausel sichert. Man muss doch dann Verträge schließen, wo man dann für den Fall, dass es Bums macht, einfach rauskommt. Und zwar idealerweise ohne Kosten. Und neben diesen Kosten, die jetzt eben wohl fällig werden für die beiden Vertragspartner, Carps Traffic Home und CTS Eventim, gibt es außerdem noch weitere 54 Millionen Planungskosten innerhalb des Ministeriums, die ansonsten schon angefallen sind. Und es wurden für viele Millionen Euro Fahrzeuge zur Mautüberwachung gekauft. So spezielle Bullys, die man jetzt auch nicht mehr gebrauchen kann, weil die halt eine spezielle Innenausrüstung haben. Also ich habe die natürlich nicht gesehen. Aber nach Presseberichten sind diese Bullys im Prinzip jetzt wertlos. Kannst du natürlich noch irgendwie dann versuchen, die an die bayerische Polizei zu vertickern, damit die damit irgendwie Grenzkontrollen machen oder so. Aber jedenfalls für den Bund sind diese Bullys im Prinzip wertlos. Und das ist doch alles extrem unprofessionell, Philipp. Wenn ich nicht weiß, ob die Maut überhaupt kommt, dann kann ich doch nicht so viele Verträge schließen, die mich quasi unwiderruflich verpflichten. Und natürlich wollen jetzt alle diese oder viele diese Verträge mal sehen. Das Ding ist, das Ministerium rückt die nicht wirklich raus. Also sie liegen nur in der Geheimschutzstelle des Bundestages aus, zur Einsicht für die Abgeordneten. Die dürfen dann aber das zwar lesen, aber darüber öffentlich nicht reden. Ja, hilft ja auch nicht weiter. Was de facto auf eine Verschlusssache hinausläuft. Und es haben jetzt Grünen-Politiker. Ein Grünen-Politiker hat, glaube ich, eine Klage gegen das Ministerium eingereicht und will halt erzwingen, dass diese Verträge offengelegt werden. Und da stellt sich natürlich die Frage, warum funktioniert dieses Ministerium so schlecht? Also es ist ja nicht nur die Maut. Es ist die Bahn. Es ist der Dieselskandal. Es ist das schlechte Mobilfunknetz. Die sind dafür auch zuständig, weil das eben Infrastruktur ist. Wenn das Infrastruktur ist, also ein Ministerium für digitale Infrastruktur und Verkehr. Und Digitalisierung, haben wir auch oft drüber geredet, Glasfaserausbau, hin und her, kommt irgendwie nicht voran. Und man hat so den Eindruck, die sind mit der Gegenwart und der Zukunft einfach überfordert. Die kriegen das einfach nicht hin. Statt dass es vorangeht, stockt es überall. Und die Frage, und die hat, das fand ich, ist ein ganz interessanter Artikel, der im Spiegel erschienen ist, die sind der Frage mal nachgegangen, woran liegt das eigentlich? Und der These ist natürlich klar, Scheuer ist kein guter Minister, aber es ist eben nicht nur der Scheuer und es ist eben nicht nur der Minister, sondern es ist eben das ganze Ministerium, was ein Problem hat. Und das Problem Nummer eins, wenn du so willst, ist diese traditionelle Nähe zur Industrie, vor allen Dingen zur Autoindustrie. Da haben wir auch schon drüber geredet, Kraftfahrtbundesamt, der Präsident unterschreibt Briefe mit ironisch gemeinten, aber dennoch tiefblickenden, industriefreundlichen Grüßen. Es gibt halt, klar, 800.000 Jobs in der Autoindustrie. Es gibt Spenden von Autofamilien wie den Quanz, den BMW gehört, vor allen Dingen an die Union. Die ganzen Autoindustrieunternehmen haben natürlich auch, das wissen viele nicht, so Firmenstände auf Parteitagen. Ja, die SPD und die Union machen alle Parteitage und da können dann irgendwie Firmenstände buchen für sehr viel Geld, was dann natürlich in die Parteikassen fließt. Und es gibt aber auch vor allen Dingen personelle Verflechtungen, also ehemaliger Verkehrsminister Matthias Wismann wird Präsident des Verbands der Deutschen Automobilindustrie, Staatsminister im Bundeskanzleramt, Eckart von Kleden, heute Chef der Daimler-Konzernrepräsentanz in Berlin, also der Cheflobbyist. Das sind so die einen Sachen. Und das andere, das fand ich eigentlich ganz interessant, weil die das mit Zahlen überlegt haben, ist, dass das Verkehrsministerium eigentlich so eine Art Entwicklungshilfeministerium für Bayern ist. Nee. Und zwar hat der Spiegel aufgeschrieben, 2018, also letztes Jahr, flossen 9 Milliarden Euro in den Bundesfernstraßenausbau. 9 Milliarden Euro. Über 2 Milliarden davon, also über 20 Prozent davon, gingen nach Bayern. Von 187 geforderten Brücken, also die gefordert, repariert und neu gebaut wurden, stehen 53 in Bayern. Also knappes Drittel, ja, oder? Obwohl Bayern ja nun wahrlich nicht ein Drittel des Bundesgebietes ausmacht. So, Förderprogramme, da gibt es ja besondere Förderprogramme, zum Beispiel für den Breitbandausbau. Von knapp 2.600 bewilligten Bescheiden ging fast die Hälfte, 1.300 nach Bayern. Und von Straßenbauförderung profitieren Wahlkreise vor allen Dingen von Ministern wie Ramsauer, also ehemalige Verkehrsminister, Ramsauer, Dobritt und Scheuer. Und die sagen natürlich, ja, deren Begründung ist, in Bayern funktioniert die Verwaltung so gut. Wenn wir im Oktober, November irgendwie noch Geld ausschütten wollen, dann sind die Bayern da, ziehen irgendwie ein fertiges Projekt, was völlig durchgeplant ist, aus der Schublade und sagen, hier, gebt uns das Geld, wir können das sofort ausgeben, das ist geplant, umsetzungsfähig vorbereitet. I don't know. Ja, also das ist natürlich jetzt extrem schwer zu verifizieren oder zu widerlegen. Ich gehe mal davon aus, dass das schon im Großen und Ganzen stimmt. Nach allem, was ich aus der bayerischen Verwaltung weiß, von Freunden, die da Verwaltungsrichter sind und so, läuft das schon im Prinzip sehr gut. Alles natürlich sehr konservativ und mit so einem gewissen CDU-Schuss, aber im Großen oder CSU-Schuss, aber im Prinzip funktioniert die Verwaltung gut, das stimmt. Auf der anderen Seite muss man aber natürlich sehen, dass Bayern auch nicht das einzige Bundesland ist, wo die Verwaltung funktioniert. Also in Baden-Württemberg jedenfalls läuft das ganz sicher nicht schlechter und es fallen einem noch ein paar andere Bundesländer ein, wo das im Großen und Ganzen funktioniert. Ja, also in Berlin ist es natürlich alles schwierig, aber in den meisten Bundesländern ist die Verwaltung ja durchaus in der Lage, solche Projekte zu planen und auch durchzuziehen. Insofern, dieser Grund trägt jedenfalls nicht, um diese klare Schieflage zugunsten Bayerns zu begründen. Und eine Sache haben die beim Spiegel auch noch aufgelistet und ein bisschen mit ein paar Fakten unterführt, nämlich dieser Eindruck, dass die CSU über das Verkehrsministerium vor allen Dingen, sagen wir mal, bayerische Projekte durchsetzt. Also die Maut ist halt ein Beispiel dafür, wo halt im bayerischen Landtagswahlkampf irgendwie ein knackiges Thema her musste und dann war es halt die Ausländermaut, weil die Bayern alle so genervt sind angeblich von den Österreichern, die halt in Deutschland Auto fahren, aber keine Maut zahlen, während die Bayern so nach Österreich fahren und jemals diese Vignette kaufen müssen. So das Ding ist jetzt gescheitert. Aber der Spiegel schreibt halt, dass das Ministerium seit 2009 in der Hand der CSU ist. Ja. Alle vier der letzten Verkehrsminister kamen aus Bayern. Das klingt gefährlich. Und dass ungefähr 20 Prozent der Kohle, die das Ministerium ausgegeben hat, nach Bayern ging. Und die beschreiben halt den einen Menschen, den Karl-Heinz Görissen, der ist halt seit 2009, seit fast zehn Jahren Chef der Leitungsabteilung im Spiegel, hat halt sozusagen diese ganzen, nicht im Spiegel, sondern im Ministerium, ist sozusagen ein ganz zentraler Position, entscheidet ganz viel, was, wo, wie, wann geplant und vorgelegt und angeschoben wird. Der hat halt diese ganzen Minister überstanden und der versteht sich halt als Vertreter Bayern. Ja, das geht ja gar nicht. Ganz offensichtlich, da auf seinem Schreibtisch steht eine weiß-blaue Flagge. Ja, er sagt, für uns war das Verkehrsministerium immer ein ganz wichtiges Ressort und meint mit uns die CSU. Ja, und man habe eben gemerkt, dass man mit Verkehrspolitik sehr gut Landespolitik machen könne. Und der Spiegel zitiert auch Dobrindt, auch mal Verkehrsminister, mit den Worten, Bayern profitiert erheblich davon, dass es immer wieder Bundesverkehrsminister hat oder hatte dieses Ministerium, ist schon enorm wichtig für Bayern. Es hat halt sehr viele Mittel. Und dessen Vorgänger Peter Ramsauer sagte, wenn ein Bundesland es richtig macht, dann kann es unglaublich anzapfen. Ja, das glaube ich sofort. Und da wird halt ein Bild gezeichnet, durchaus wenig mit Fakten, was schon auf ein Entwicklungshilfeministerium für Bayern hinausläuft. Und was natürlich im Grunde auf Vetternwirtschaft hinausläuft und letztlich auf sachfremde Mittelverwendung, denn das ist eben ein Bundesministerium. Und da geht es um, das ist ja eines unserer Verfassungsziele, die Herstellung gleichwertiger Lebensverhältnisse in ganz Deutschland. Und Bayern ist im Zweifel ja schon jedenfalls sicherlich nicht zurück, vielleicht sogar hier und da, was so die Infrastruktur angeht. Jedenfalls die autofreundliche Infrastruktur ganz vorne dabei. Und wieso denn ausgerechnet da noch besonders viel investiert werden muss und nicht in anderen Bundesländern, wo es mitunter dramatisch aussieht. Zum Beispiel in Berlin, wo die Straßen doch in sehr unterschiedlichem Zustand sind oder eben auch in anderen Flächenländern. Das kann man doch, denke ich, mit sehr guten Gründen mal in Zweifel ziehen. Ja, genau. Und man muss fairerweise sagen, es ist, so schildert das der Spiegel zumindest, nicht nur so eine Art Feudalministerium für Bayern, sondern auch, sagen wir mal, Politiker aus anderen Bundesländern wissen durchaus, diese Mittel für sich zu nutzen. Also da wird dann auch von SPD-Staatssekretären etc. und Haushältern im Bundestag und so geschildert, wie sie denn sagen, okay, wenn wir das abnicken, was fällt denn dann für meinen Wahlkreis raus? Ja, das ist ja Klassiker. Klassikerstraße und so. Also das scheint durchaus so eine Art Selbstbedienungsladen da zu sein oder zumindest hat es davon Anzüge und hat es den Anschein. Und das scheint schon ein fundamentales Problem zu sein. Nun haben wir aber diese Maut, also beziehungsweise wir haben sie nicht, sondern sie ist gescheitert, aber wir haben halt diese Infrastruktur für die Maut. Und da gab es jetzt in der Süddeutschen ein ganz interessantes Interview mit dem Chef des Bundesrechnungshofs, der sagt, ja, wenn wir jetzt diese Infrastruktur schon haben, die Busse und irgendwie diese Verträge abgeschlossen, dann lass uns doch die Maut umsetzen, aber eben europarechtskonform, das heißt, alle müssen zahlen, auch die Deutschen und wir machen das Ding zu einer Ökomaut. Ja, also wir nutzen die Eingaben, die Einnahmen, weiß ich nicht, für ökologische Zwecke, Förderung des Nahverkehrs, E-Auto-Förderung etc. pp. Da hat die Umweltministerin Svenja Schulze schon gesagt, machen wir nicht. Ich finde, aus finanzieller Hinsicht ist das natürlich irgendwie überzeugend, ja, also dass der Chef des Bundesrechnungshofs, der dafür zuständig ist zu überwachen, ob die Steuergelder richtig ausgegeben werden, sagt, wenn wir das Geld jetzt schon ausgeben, ja, dann lass uns wenigstens diese Infrastruktur nutzen. Das finde ich irgendwie nachvollziehbar. Ich finde nur, mein Gedanke war da, also wenn wir das jetzt zu einer Ökomaut umbauen wollen, ja, also die Idee ist ja, du benutzt die Straße und zahlst dafür, dass du die Straße benutzt und dafür gibt es Ausgaben beziehungsweise Einnahmen beim Staat, dann muss das zumindest in so einen Generalplan passen. Ja, also die Bundesregierung bastelt ja auch an diesem Klimagesetz rum, ja, was irgendwie dafür sorgen soll, dass halt die Klimaverpflichtungen vernünftig umgesetzt werden. Es gibt diese Diskussion um eine CO2-Steuer und es gibt die Diskussion um den Emissionshandel. Und ich finde die Idee, den Ansatz, diese Infrastruktur, wenn wir sie jetzt schon bezahlen, auch vernünftig zu nutzen, gut, aber das muss dann irgendwie in ein Konzept passen. Ja, genau. Das ist so ein bisschen meine Sorge. Dass man jetzt ökologisch umsteuern muss, haben wir in der Lage schon tausendmal besprochen. Das brauchen wir nicht, nochmal alles wieder aufzuwärmen. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe große Zweifel, ob man dazu jetzt ausgerechnet eine Maut einsetzen sollte. Denn da mache ich mir die große Sorge, dass einfach nur Verkehr besteuert wird, während es doch eigentlich darum gehen müsste, Ressourcenverbrauch zu besteuern. Und da denke ich jetzt mal, diese berühmt-berüchtigte CO2-Steuer, das wesentlich bessere Instrument. Denn da geht es eben nicht nur darum, wer sich durch die Gegend bewegt. Das ist ja als solches gar kein Problem, wenn ich zum Beispiel ein Solarauto fahre. Sondern bei der CO2-Steuer geht es eben konkret um die Emissionsbelastung. Und bei einer Maut ist, natürlich kann man eine Maut im Grunde auch irgendwie so umfrickeln, dass quasi emissionsbezogen die Maut erhoben wird. Aber dann muss man sagen, dann kann man auch gleich eine CO2-Steuer einführen. Oder meinetwegen, wenn man das dann spezifisch für den Verkehrsbereich machen will, kann man auch sagen, man erhöht jetzt einfach die Kraftfahrzeugsteuer um einen bestimmten Betrag. Also ich muss ganz ehrlich sagen. Oder macht den CO2-bezogen die Kraftfahrzeugsteuer. Ja, das geht ja weitgehend einher. Also da kann man sich, da muss man ganz ehrlich sagen, frage ich mich jetzt wirklich, wieso man jetzt noch diese bislang eben gerade nicht mit ökologischer Steuerungswirkung ausgestattete Maut irgendwie so umfrickeln möchte, im Zweifel wieder mit Millionenaufwand, dass die dann irgendwie noch eine ökologische Steuerungswirkung entfaltet. Da würde ich doch sagen, da macht man jetzt einfach mal die Schublade zu und sagt, war eine Schnapsidee von der CSU, ist jetzt auch mal gut, dass es nicht geklappt hat. Und fängt jetzt nicht noch an, diese Mautbürokratie weiterzuschleppen. Nur weil man einmal einen Fehler gemacht hat, heißt das doch nicht, dass man diesen Fehler jetzt mit weiterem extrem hohen finanziellen und Personalaufwand irgendwie wieder zu was Sinnvollem machen kann. Da kann man doch besser sagen, komm, wir trashen das ganze Projekt. Cut your losses. Cut your losses, genau. Machen den Deckel drauf und verfolgen stattdessen, du hast es eingangs gesagt, Philipp, ein in sich konsistentes, abgestimmtes, plausibles Konzept für eine ökologische Steuerung. Genau, und wie das gehen kann, das haben jetzt diese Wirtschaftsweisen auch nochmal gemacht. Also Wirtschaftsweise, das sind so Regierungsberater in Wirtschaftsfragen. Und Christoph Schmidt, der ist Vorsitzender dieser Wirtschaftsweisen und Ottmar Edenhofer vom Ponsalb-Institut für Klimafolgenforschung, die haben jetzt nochmal vorgestellt, wie sowas gehen könnte. Und Bottomline ist, CO2-Steuer ist gut als Übergangsinstrument, um CO2 einen Preis zu geben, weil es sich national umsetzen lässt, weil es sich relativ schnell umsetzen lässt. Aber das Ziel muss sein, sozusagen einen europäischen Emissionshandel zu haben, so wie wir ihn jetzt schon haben für ganz bestimmte Bereiche, Energie und Industrie. Aber er muss halt ausgedehnt werden auf Gebäude, auf Heizen, auf Verkehr, auf Landwirtschaft zum Beispiel. Auch in all diesen Bereichen muss eine Tonne CO2 einen Preis kriegen, damit muss man handeln können. Und die EU kann dann sagen, so und so viel CO2 dürfen wir nächstes Jahr ausstoßen oder in den nächsten vier Jahren, die haben immer so Perioden. Und dafür braucht ihr Zertifikate, die könnt ihr kaufen, verkaufen. Und da gibt es halt einen Anreiz, möglichst wenig CO2 auszustoßen. Das lässt sich aber nicht von heute auf morgen umsetzen, das ist ein bisschen mehr. Und deswegen, weil man aber jetzt handeln muss, sagen die, taugt für den Übergang erstmal eine CO2-Steuer. Und ich finde, damit hast du dann auch sowas wie eine Ökomaut drin, weil Autofahren mit Verbrennungsmotoren einfach teurer wird und Elektro- oder andere Brennstoffzellen etc. wird eben günstiger. Ja, aber das und das Ganze ohne die Mautbürokratie und ohne die teure Mautinfrastruktur. Also da muss ich ganz ehrlich sagen, da muss man jetzt glaube ich aufpassen, dass da jetzt nicht nachdem dieser Riesenfehler gemacht wurde, die Maut überhaupt einzuführen, die nächsten Riesenfehler macht, indem man quasi eine letztlich sinnlos gewordene Infrastruktur neu versucht mit Sinn zu füllen. Da muss man einfach mal sagen, nein, wie du sagst, cut the losses. Gut. Wir kommen zum nächsten Thema. Ja, Carola Rackete, Kapitänin für Sea-Watch, Sea-Watch 3 ist das Schiff, glaube ich. Glaube ich auch, ja, ich meine, so war das, ja. Die wurde ja in Italien verhaftet und ist mittlerweile wieder frei und sie wurde halt verhaftet, weil sie Menschen auf dem Meer gerettet hatte, aus Seenot geflüchtete und mit ihnen in einen italienischen Hafen eingelaufen war. Und deswegen wurde sie verhaftet, weil Italien gesagt hat, illegal durfst du nicht, wir wollten dich hier nicht haben. Du bist trotzdem eingelaufen und du hast dich mal mit Nora Mackert unterhalten. Genau, die hatten wir ja auch schon mal in der Lage im Interview. Sie ist Professorin an der Universität in Hamburg, Juniorprofessorin unter anderem mit Schwerpunkt Völkerrecht, Migrationsrecht und auch Genderstudien. Und dazu muss ich sagen, das war jetzt kein formelles Interview, sondern wir haben uns aus anderem Anlass getroffen und haben dann über dieses Thema auch gesprochen. Deswegen, wenn da jetzt irgendwas sachlich etwas schräg sein sollte, geht der Fehler auf mich und nicht auf Nora. Auf jeden Fall haben wir mal diesen Fall so ein bisschen erörtert, wie der denn völkerrechtlich einzuschätzen ist. Und sie sagte, naja, es ist in der Tat völkerrechtlich ein Grenzfall. Grundsätzlich mal kann jedes Land selber entscheiden, welches Schiff die eigenen Häfen anläuft. Das heißt also, da hat Italien quasi im Ausgangspunkt schon ein Argument für sich. Auf der anderen Seite gibt es aber eben sowas wie ein Einlaufrecht in Notfällen. Das heißt, wenn also eine Notlage droht, wenn zum Beispiel Menschenleben bedroht sind, dann kann ein Schiff durchaus jeden Hafen anlaufen. Und da ist dann eben letztlich die Frage, war eine bestandene solche Notlage und wer kann das entscheiden? Und auf diesem Schiff war es ja so, dass es eben eine ganze Reihe von Menschen schon gab, die in kritischem Gesundheitszustand waren. So etwa um die zehn Menschen wurden schon von dem Schiff gerettet, was ich auch gar nicht wusste. Wo habe ich von Nora gelernt? Die sind dann irgendwie ausgeflogen worden oder ich weiß nicht, mit Schlauchbooten abgeholt worden, weiß ich nicht genau. Jedenfalls die waren so krank und in so schlechtem Zustand, dass man die schon gar nicht mehr auf diesem Schiff behandeln konnte. Es waren ursprünglich mal 50 Gerettete und dann zum Schluss nur noch etwa 40. Und das heißt also, es sprach vieles dafür, dass die gesundheitlichen humanitären Zustände einfach grenzwertig waren. Und jetzt ist so ein bisschen die Frage, konnte man daraus schließen, dass man jetzt eben diese anderen 40 dringend an Land bringen muss? Oder musste man quasi so lange warten auf hoher See, bis die Menschen wieder in kritischem Zustand sind, um sie dann unstreitig retten lassen zu können? Was ja irgendwie völlig absurd klingt. Also insofern denke ich, spricht vieles dafür zu sagen, dass dieses Noteinlaufrecht im Grunde, ich weiß nicht mehr, ob es der Fachbegriff war, dass das in dieser Situation gegeben war. Dann ist wieder mal die Frage, wer entscheidet das? Und da muss man sagen, das ist eben genau der Job der Kapitänin oder des Kapitäns an einem Schiff, der ja quasi so die Hoheitsgewalt hat, über ein Wasserfahrzeug zu entscheiden, wie die Lage ist. Also ich denke, da ist sie rechtlich schon in einer sehr guten Position und genau das hat ja die italienische Justiz auch festgestellt. Nachdem sie zunächst festgesetzt worden war, hat ja eine Untersuchungsrichterin festgestellt, dass an diesen Vorwürfen letztlich nichts dran war und hat sie entlassen. Insofern muss man sehen, glaube ich, ist die rechtliche Position von Frau Rackete da schon vergleichsweise gut. Es gibt noch so einen etwas heiklen Fall und zwar kam es beim Einlaufen oder bei dem Versuch des Einlaufen zu einer Beinahe-Kollision mit einem italienischen Schiff, der Küstenwache oder Marine oder Polizei. Und da gibt es halt jetzt noch irgendwie Streitigkeiten, da geht es halt nicht um das Einlaufen als solches, sondern um diese Beinahe-Kollisionen und dieses Tuschieren und ob das denn jetzt möglicherweise in irgendeiner Weise aus italienischer Perspektive strafbar ist. Aber jedenfalls die Grundfrage, denke ich, durfte sie da einlaufen, lässt sich nicht hundertprozentig, aber jedenfalls mit sehr guten Argumenten schon zugunsten von Frau Rackete entscheiden. Die andere Frage, die natürlich da ganz groß drüber hängt, ist diese Frage, also das ist ja eine NGO, Sea-Watch ist eine NGO, also nicht Regierungsorganisation, die halt sich zur Aufgabe gemacht hat, mit Menschen, mit Schiffen, Menschen, Geflüchtete aus dem Mittelmeer zu retten, die dort in Seenot geraten sind, weil sie aus Afrika fliehen. Oder fördert das Fluchtbewegungen, das ist ja mal das Gegenargument. Genau, das ist sozusagen, und die große Kritik aus allen möglichen Richtungen, Italien, der italienische Innenminister sagt das, auch der deutsche BND-Chef hat das zumindest gesagt, ist dieser Vorwurf, wenn die NGOs damit ihren Schiffen durch die Gegend fahren, dann gibt es einen sogenannten Pull-Effekt. Das ist sozusagen, dass die Migration, dass die Flucht aus Afrika nach Europa angetrieben, erleichtert, begünstigt wird, attraktiver wird, weil flüchtende Menschen, so diese Pull-Effekt-Argumentation, eben davon ausgehen können, dass ja, sie begeben sich da in eine schwierige Situation im Mittelmeer unter Umständen auf löchrigen Schlauchbooten, aber sie können halt eher davon ausgehen, dass sie halt gerettet werden und das Risiko wird geringer und deswegen fördert das Migration. So, und da möchte ich denken, diese Frage muss man im Grunde auf zwei Ebenen entscheiden. Die zweite Frage ist die Frage, ob da überhaupt an dieser Idee mit dem Pull-Effekt was dran ist. Aber die erste Frage, finde ich, ist, kann man überhaupt aus einer moralischen Perspektive sich ernsthaft die Frage stellen, ob man Menschen, die sich in Seenot befinden, retten soll? Das ist ja die Frage, die die Zeit auch gestellt hat vor einigen Wochen und aus meiner Sicht hat es völlig zu Recht einen Shitstorm gegeben. Man kann diese Frage nicht ernsthaft stellen, das ist aus meiner Sicht das Ende der Menschlichkeit, wenn man sich die Frage stellt, soll man Menschen in Seenot retten? Ich finde das absolut zynisch und pervers, überhaupt sich nur die Frage zu stellen, ob man Menschen in Not retten oder lieber absaufen lassen soll, weil das vielleicht politisch irgendwelche Signale sind. Genau, und das finde ich nur ganz wichtig, bevor wir überkommen. Bevor wir uns diesem Thema Pull-Effekte auch nur nähern, finde ich, muss diese moralische klare Kante gemacht werden. Also jedenfalls für mich ist das wirklich eine ganz existenzielle Frage. Man darf diese Frage nicht stellen, die Frage ist pervers. Denn selbst wenn es einen Pull-Effekt geben sollte, sind diese Menschen in Seenot und ersaufen im Meer. Genau, eine andere Frage ist, sollte man möglicherweise Menschen in einem brennenden Haus nicht retten, weil das ein Zeichen gegen Rauchen im Bett setzen kann? Ja, um es mal etwas polemisch zu formulieren. Genau, weil wenn du im Bett rauchst und dann in Flammen aufgehst, kannst du ja damit rechnen, dass die Feuerwehr kommt. Genau, vielleicht sollte man die Menschen einfach abfackeln lassen, dann hört das Rauchen im Bett mal auf. Das ist dieselbe perverse Argumentation. Und deswegen finde ich, bevor wir uns dieser Frage oder dieser Diskussion zu den Pull-Effekten überhaupt nähern, muss man, finde ich, diesen klaren moralischen Kompass an die Wand malen. Und auch hier ist es wieder eine Güterabwägung, die gegenüberstehen. Da ist zum einen der unterstellte, in meinen Augen nicht bewiesene, da werden Menschen angelockt. Und auf der anderen Seite ist der Wert, retten wir Menschen vorm Ertrinken. Da muss ich ganz klar sagen, wenn es diese Abwägung gibt, finde ich, muss klar sein, für was man sich entscheidet. Nämlich, dass man Menschen vor dem Ertrinken rettet. Genau, und das, finde ich, ist eine Frage der ganz persönlichen Moral. Das ist aber aus meiner Sicht auch in einem politischen System, sei es der Bundesrepublik, sei es Europas, wo man sich auf Werte der Mitmenschlichkeit beruft. Wo man sagt, die Menschenwürde und das menschliche Leben sind für uns zentrale Werte. Zum Beispiel die Todesstrafe ist ja auch verboten, europaweit. Also ein Menschenrecht auf Leben gibt es, ein Menschenrecht auf körperliche Unversehrtheit. Es gibt eben die Menschenwürde. Wenn man auf diese ganzen Werte sich beruft, dann kann man die Frage nicht ernsthaft stellen, auch nicht als politische Frage, ob es irgendwie möglicherweise pragmatisch ist oder das richtige Signal aussendet, wenn man Menschen im Mittelmännchen rettet. Das, finde ich, ist die moralische klare Kante, die man erstmal wirklich deutlich machen muss, bevor man die Frage nach den Pull-Effekten auch nur diskutieren kann, ohne dass einem eigentlich alles aus dem Gesicht fallen muss. Also die Leute müssen gerettet werden und jeder versucht das zu tun, ist aller Ehren wert und muss unterstützt werden. Punkt. Jetzt gibt es die Frage, gibt es diesen Pull-Effekt? Genau. Und da gibt es halt ein, zwei Studien, die öfter zitiert werden. Die haben dann untersucht, wie viele Menschen sind gerettet worden oder von Afrika nach Europa gekommen, zu unterschiedlichen Phasen, in denen es viele NGOs gab, die versucht haben, sie zu retten, wenige NGOs gab, sie zu retten, in denen es staatliche Versuche gab, sie zu retten oder wenig zu retten. Und diese Studien kommen alle zu dem Schluss, wir können keinen wissenschaftlichen, empirischen Grund und Beleg dafür finden, dass es so einen Pull-Effekt gibt. Also dass, wenn gerettet wird, mehr Menschen kommen oder wenn nicht gerettet wird, weniger Menschen kommen. Mit anderen Worten, wissenschaftlich kann man letztlich da keine abschließende Entscheidung treffen. Das ist natürlich, kann man sich auch vorstellen, einfach extrem schwer, das empirisch zu erheben. Denn man kann nie alle Menschen fragen, man kann insbesondere die vielen Menschen nicht mehr fragen, die dabei ums Leben kommen. Man kann auch die Menschen nicht fragen, die sich vielleicht sogar gegen eine Flucht entschieden haben, die, keine Ahnung, in Ghana oder Togo bleiben und gar nicht erst fliehen. Das heißt also, man kann einfach richtig valide keine Zahlen erheben. Man kann sich also nur die Frage stellen, wie plausibel ist das? Wie plausibel ist das Argument, weil die Fahrt über das Mittelmeer in manchen Situationen nicht mehr tödlich endet, sondern in manchen Situationen dazu führt, dass man von einem Rettungsschiff aufgegriffen wird. Deswegen machen sich mehr Menschen auf die Reise. Philipp, wie plausibel findest du das Argument? Also ich kann mir, sagen wir mal, nicht wirklich vorstellen, dass Menschen in Bürgerkriegsgebieten, in Afrika, in Hungersgebieten, in Überschwemmungsgebieten etc. oder auch in Gebieten, wo es wirtschaftlich total bergab geht, sich wirklich die Frage stellen, ich habe, sagen wir mal, ohne Seenotretter die Chance, sagen wir mal, zu 10 Prozent rüberzukommen und mit Seenotrettern habe ich die Chance von 11,5 Prozent. Oder auch 20, Zahlen sind echt egal, glaube ich. Übers Mittelmeer zu kommen, dass das ein entscheidender Faktor ist. Und das gibt ja auch hier Zitate, Frank Duvel vom Deutschen Zentrum für Integrations- und Migrationsforschung, da sagt er, der Hauptgrund für Migration ist die Lage in den Heimatländern. Ja, ich glaube, das muss man sich immer klar machen. Die Menschen fliehen aus irgendeiner Situation, die sie subjektiv für unerträglich halten. Sei es wirtschaftlich unerträglich, sei es vielleicht auch politisch unerträglich, wenn sie politisch verfolgt sind. Das sind die Gründe, wieso sie sich auf den Weg machen. Klammer auf, ich habe in der Süddeutschen einen ganz spannenden Artikel gelesen diese Woche. Es sind übrigens nicht die Ärmsten der Armen, die sich auf den Weg machen, weil man ja Schlepper auch bezahlen muss. Da werden Tausende von Dollar fällig. Mit anderen Worten, es ist eher so die untere Mittelklasse, die sich auf den Weg macht. Also, keine Ahnung, der Viehhirte aus Somalia, der irgendwie fünf halb verhungerte Kühe hütet, der macht sich nicht auf den Weg, der hat nämlich die Mittel nicht. Also es ist, muss man sagen, quasi die untere. Ein teures Unterfangen, so eine Flucht. Und das ist also quasi die untere afrikanische Mittelklasse insbesondere, die sich auf den Weg macht. Also aus Afrika, also Syrien ist natürlich mal ein ganz anderes Thema. Gut, das heißt also diese Entscheidung, sich auf den Weg zu machen und quasi sein Glück in Europa zu suchen, die beruht zum einen darauf, dass man gewisse Mittel noch hat und zum anderen aber die Situation im Heimatland für subjektiv unerträglich hält. So, und jetzt stellt aber kein Mensch die ernsthafte Unterscheidung an, wie gefährlich ist denn diese Überfahrt über das Mittelmeer. Denn dazu haben die Menschen ja im Ergebnis überhaupt keine valide Grundlage. Niemand kann doch von denen einschätzen, wie gefährlich das wirklich ist. Aber jeder weiß, mit einem Schlauchboot übers Mittelmeer zu fahren, ist auf jeden Fall brandgefährlich. Denn du kannst ja nicht mit Sicherheit davon ausgehen, dass du gerettet wirst. Das heißt, jeder, der in so ein Schlauchboot einsteigt, weiß, das kann so ziemlich meine letzte Amtshandlung sein. Das weiß man auch. Jetzt weiß man aber auch, dass natürlich da auch viele Mythen im Umlauf sind. Wie einfach oder schwer es ist, nach Europa einzulaufen oder einzuwandern und welche sozialen Leistungen hier zu erwarten sind oder nicht zu erwarten sind. Da sind ja auch jede Menge unglaublicher Unwahrheiten und Mythen und Gerüchte und so im Umlauf. Und who knows, als wie sicher die Überfahrt übers Mittelmeer gilt. Genau, aber das ist genau das, was du sagst, Philipp, ist genau der springende Punkt, denke ich. Das Entscheidende ist eben Fluchtgründe zum einen und zum anderen diese Mythen, die erzählt werden. Da gibt es ja inzwischen sogar Websites des deutschen Außenministeriums, die versuchen, diese Mythen zu zerstreuen. Diese Mythen sind also das Zentrale neben den Fluchtgründen, wieso man sich auf den Weg macht. Und da muss man doch ganz ehrlich sagen, diese Rettungsversuche im Mittelmeer, so defizitär sie sind, die haben doch nur einen ganz geringen Einfluss auf die Mythen. Wenn du ohnehin quasi aufs Hörensagen angewiesen bist, um zu entscheiden, ob du dich auf den Weg machst. Und wenn du dann sowieso in so ein Schlauchboot einsteigst, in dem Wissen, das ist ganz schön weit, das sind 200, 300 Kilometer. Dann geht es doch nicht mehr um die Frage, mit welcher Wahrscheinlichkeit du gerettet wirst. Du weißt eins ganz sicher, du riskierst jetzt dein Leben. Du weißt natürlich nicht, wie viel Prozent, aber du weißt, das ist jetzt lebensgefährlich. Und wer sein Leben aufs Spiel setzt für eine solche Reise, der wird das doch nicht mehr oder weniger wahrscheinlich tun, nur weil im Mittelmeer so ein paar verstreute Hilfskreuzer rumfahren. Und wenn es also so ist, dass dieser Pull-Effekt wissenschaftlich offensichtlich nicht nachweisbar ist. Und empirisch, und nicht sehr plausibel ist. Und du unterstellst, dass es vielleicht, wenn überhaupt einer unter ganz vielen Faktoren ist, wenn aber gleichzeitig es heißt, ihn zu bekämpfen, extrem unmenschlich ist. Nämlich Leute einfach ertrinken zu lassen. Es gleichzeitig aber eine Menge anderer Faktoren gibt, die sehr wohl in viel größerem Maß zur Flucht und zur Migration beitragen. Dann finde ich, ist völlig klar, was politisch getan werden muss. Du musst diesen Leuten helfen und du musst diese anderen Faktoren, die wissenschaftlich nachweisbar einen sehr großen Effekt darauf haben, ob Leute fliehen oder nicht, die musst du politisch angehen. Stichwort Lage in den Heimatländern. Gibt es eine ganze Menge. Aber wenn es darum geht, müssen diese Leute aus dem Mittelmeer gerettet werden. Dann kann es in Europa keine andere Antwort geben als natürlich. Selbstverständlich. Selbstverständlich. Alles andere ist einfach unmenschlich und brutal. Und ich finde, das wäre uns einfach wichtig, das mal zu diskutieren in dieser Breite. Weil ich dieses Argument, man hilft den Schleusern oder man bietet den Menschen Anreiz zur Flucht, einfach nur noch pervers finde. Das ist aus meiner Sicht ein Totschlagargument, weil man nämlich einfach im Kern, und das ist mein Vorwurf an die Menschen, die dieses Argument bringen, im Kern findet man das nämlich gut, wenn Menschen ertrinken, weil man sich davon Abschreckungseffekt erwartet. Und das finde ich so pervers, da fehlen mir wirklich die Worte. Ja, weil wenn du dieses Argument einmal kaufst, dann ist fast alles möglich. Genau. Also mit diesem Argument kannst du noch eine ganze Menge anderer. Genau. Das wollen wir gar nicht an die Wand malen, aber damit kannst du eine Menge begründen. Aber damit kannst du dann sehr, sehr viel begründen. Genau. Dann sind wir nämlich bei der Käfighaltung, die Donald Trump in den Vereinigten Staaten eingeführt hat. Der ja also Menschen, die es irgendwie über die Grenze von Mexiko in die USA geschafft haben, jetzt gerne in irgendwelchen Camps in der Wüste in Käfigen hält. Also kann ja jeder mal googeln, diese Fotos sind absolut schockierend. Da werden also Kinder von ihren Eltern getrennt, teilweise kleine Kinder, Säuglinge, die noch gar nicht sprechen können, finden sich in irgendwelchen Käfigen wieder, übereinander gestapelt. Ja, sodass also Mitglieder des amerikanischen Kongresses von KZs sprechen. Also aus Deutschland würde man diesen Vergleich ja niemals bringen. Aber es gibt eben Menschen aus dem Kongress, Abgeordnete, die sagen, das sieht aus wie im KZ. Kann sich ja jeder mal diese Bilder angucken. Und das ist nämlich aus meiner Sicht jedenfalls genau dasselbe Kalkül. Man hält Menschen ganz bewusst in unmenschlichen Bedingungen, um ein abschreckendes Signal zu senden und den Menschen zu sagen, macht euch lieber gar nicht erst auf den Weg in die USA, hier ist es furchtbar. Und genau das Argument ist nämlich auch mit dem Ertrinken. Das ist das mit dem Ertrinken. Es hat sozusagen zwei, es hat dieses moralische Argument, hat zwei, nämlich zwei Ebenen. Das eine ist das Konkrete, du kannst diese Menschen nicht ersaufen lassen. Und das zweite ist, wenn man dieses aber einmal kauft, dieses Argument und sich einmal diesem anschließt und das umsetzt, dann öffnet das argumentativ und moralisch eine völlig neue Ebene des Abgrunds. Dann gibt es ganz, ganz viele politische Maßnahmen, die auf einmal plausibel und argumentativ moralisch vertretbar erscheinen, die man heute und wir für absolut unmenschlich nimmt. Ja, wenn du nämlich anfängst mit dem Tod von Menschen Politik zu machen oder in den USA ist es nicht zwingend der Tod, in den USA sind es quasi elende humanitäre Bedingungen, aber im Mittelmeer ist es der Tod. Du machst Politik damit, dass Menschen sterben müssen und versuchst daraus einen Abschreckungseffekt abzuleiten. Und das finde ich einfach nur noch pervers. Mit diesem Hinweis moralischer Art müssen wir oder lassen wir diese Sendung ausklingen. Wir kommen zur Verabschiedung und sagen, die Lage der Nationen ist ausführlich und abschließend, wie immer, erörtert. Und das tun wir bald auch nochmal live on stage. Und wir würden uns sehr freuen, falls du Zeit und Lust hast, vielleicht auch mit deinen Freunden vorbeizuschauen. Bei unserem Format LageLive am 31. August sind wir in der Uni Hamburg zu Gast. Tickets gibt es auf httpslage.live. Und das Schöne bei dem Format ist ja, vorher gibt es natürlich Bar und Bierchen. Dann gibt es anderthalb Stunden Show etwa. Danach gibt es Q&A. Ihr könnt uns Fragen schicken, die wir dann beantworten. Und vor allem stehen wir dann noch so ein, zwei Stündchen hinterher zusammen, trinken mit unseren Gästen ein Bier oder was auch immer. und quatschen mit euch und freuen uns sehr auf dieses unmittelbare Live-Feedback. Insofern kommt vorbei. Ich glaube, das wird ein richtig schöner Abend. Bis dahin und nächste Woche alles Gute. Ciao. Tschüss.